Mehr als 15 Monate Krieg in der Ukraine und wir wollen uns auch heute die militärische Lage im Land ansehen. Und es sieht tatsächlich so aus, als würde die lang erwartete Gegenoffensive der ukrainischen Armee endlich beginnen. Was wir sehen, sind Bodenangriffe ukrainischer Tropen im Süden des Landes. Bodenangriffe, die bisher von der ukrainischen Seite nicht bestätigt werden, die aber nach übereinstimmenden Aussagen zahlreicher russischer Kriegsblogger und auch aktueller Drohnenaufnahmen tatsächlich stattfinden. Wir schauen uns das Ganze erstmal im Video an und sehen uns an, was dort passiert. Und diese Aufnahmen sind von gestern. Und sie zeigen uns einen Vorort der ukrainischen Kaltenstadt Velika Novosilka. Und Velika Novosilka ist in der Region St. Brücher. Wir schauen uns das gleich ganz genau an. Und was wir darauf sehen können, ist zum einen ukrainische Panzer und zwar hier vorne, die sich versuchen auf eine russisch kalten Linie zu bewegen. Und zum anderen, das können wir auch mal markieren, haben wir hier die russisch gehaltene Linie. Und hier haben wir zahlreiche russische Panzer, die von hinten sich als Verstärkung nähern dieser Linie und versuchen, die zu verteidigen. Und was wir uns jetzt gleich mal ansehen können, ist, dass einer dieser russischen Panzer, nämlich ein T-80, getroffen wird, gleich am Anfang des Videos von einer Panzerabwehrrakete der ukrainischen Armee. Das heißt, nicht nur diese Panzer ja unten rücken vor, sondern auch das Ganze wird unterstützt von ukrainischen Infanterieeinheiten. Da sehen wir den Einschlag des Panzers. Der T-80 ist jetzt getroffen in dem Moment. Wir sehen auch, dass er einen sogenannten Käfig obendrauf hat, der ihn eigentlich genau davor schützen sollte. Das hat aber nicht funktioniert. Und wir sehen dann, wie kurz darauf dieser Panzer jetzt hier weiter rollt. Noch sieht es ganz gut aus, aber der ist kritisch gestroffen und in dem Moment jetzt explodiert er. Und das bedeutet dann dementsprechend auch das Todesurteil für die Besatzung dieses Panzers. Diese Aufnahmen bestätigen, was russische Kriegsblogger heute Morgen verkünden, nämlich, dass seit gestern, wie gesagt, ukrainische Angriffe hier im Süden der Front geschehen. Hier die ukrainischen Panzer, wie gesagt, und diese Panzer schießen nicht auf die russischen Panzer. Das ist ganz interessant, sondern die schießen in diese Region hier, wo sich die russischen Stellungen befinden. Und die Hoffnung ist offenbar, zumindest erst mal zu proben, also zu üben und zu sehen am Feind tatsächlich, Fühlung aufzunehmen, wie man sagt, um zu sehen, wie stark ist dort die Verteidigung, wie weit können wir vorrücken. Das Aufnahmen von gestern. Gestern sollen etwa sechs Stunden lang die Kämpfe gedauert haben. Wir sehen ja, dass es russische Verluste gab. Es gab auch ukrainische Verluste, wie wir heute Morgen gesehen haben. Da gibt es Videos von vier gepanzerten Fahrzeugen, US-amerikanischer Bauart, vom Typen Max Pro, wo die Russen ganz stolz sagen, die haben wir vernichtet. Der Angriff ist gescheitert, aber diese Freude war nur kurz, denn das war gestern, wie wir gerade gesagt haben, die erste Probeattacke, wenn man so möchte. Heute gehen die Angriffe weiter und die Russen berichten, das können wir nicht bestätigen, weil es die Ukraine nicht bestätigt, aber die Russen berichten, dass die ersten zwei Dörfer verloren gegangen sind und die Ukraine auf breiter Front in der Region Saporizia, beziehungsweise genau an die Grenze zwischen Saporizia und Donetsk vorstoßen. Wir schauen uns das Ganze mal auf der Karte an, um zu verstehen, um was es denn hier geht. Was wir in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben, war, dass wir diese Offensive, die Großoffensive der ukrainischen Armee in dieser Region hier erwarten, in der Region Saporizia. Der Vorteil von Saporizia ist, sollte man hier durchbrechen und bis zum Asowschen Meer kommen, hätte man eben diese gesamten Truppen hier in der Region Kherson, Saporizia und hier unten auch auf der Krim komplett abgeschnitten vom Rest der russischen Versorgung. Das scheint eins hier zu sein, der ukrainischen Armee. Was wir aber heute Morgen sehen, sind Angriffe in der Region hier. Und das ist die Grenzregion zwischen Donetsk hier auf der rechten Seite und Saporizia auf der linken Seite. Es ist, wie gesagt, überhaupt nicht klar, ob das die entscheidende große Offensive ist oder ob das vielleicht ein großes Ablehnungsmanöver ist oder ob das einfach nur eine Probe ist, um zu sehen, wie stark sind denn die Russen, wie schnell können sie hinter der Front jetzt beispielsweise ihre Verstärkung hin und her bewegen. Ziehen sie irgendwo anders überhaupt ab, um da zu verstärken? Müssen sie das? Das ist alles nicht klar. Wir wissen nur, dass dort ukrainische Panzer vordringen, auch gepanzerte Fahrzeuge vordringen und dass es dort zu heftigen Kämpfen kommt. Velika Nowosheka befindet sich hier oben unter ukrainischer Kontrolle, wurde da gleich daneben, hier unter ukrainischer Kontrolle. Und ganz offensichtlich ist es so, dass man von dieser Region aus versucht, jetzt direkt die Front anzugreifen. Und wir wissen, dass jetzt seit 24 Stunden dort schwere Kämpfe toben und dass die Ukraine heute mit viel, viel mehr Einheiten angreift als gestern. Weshalb die Russen sich da überhaupt nicht mehr so sicher sind, dass sie das Ganze auch wirklich halten werden. Das also die Region, die Situation im Süden. Und wir schauen uns noch weitere Aufnahmen an, auch aus dem Süden. Denn was die Ukraine gleichzeitig macht, ist weiterhin den Boden zu bereiten für eben diese Großoffensive. Hier sehen wir ein Flugabwehrsystem vom Typ Bug M1 der russischen Armee, was zerstört wurde durch einen ukrainischen Luftangriff. Und das passiert wohl relativ häufig. Wir haben mehrere Videos, die aktuell Zerstörung von russischem Flugabwehrsystem in der Region Saporizia und Donetsk zeigen. Wir werden gleich noch ein weiteres sehen, was dort auch getroffen wurde. Und das lässt auch darauf schließen, dass die Ukrainer eben, wenn sie denn zum großen Schlag ansetzen, wenn also auch die, ja beispielsweise die deutschen Panzer dazukommen, vom Typ Leopard 2, die bisher nicht eingesetzt wurden, dass sie eben dann auch mit Flugzeugen angreifen werden und mit Hubschraubern angreifen werden. Und dafür wollen sie eben die Überlegenheit haben. Hier sehen wir das zweite System. Und das Interessante ist jetzt, hier vorne sehen wir übrigens den großen Teil des Radarkopfes. Hier hinten sehen wir die Raketen, die eben auf dem System drauf sind. Und was wir jetzt sehen, ist, dass in dem Moment, wo das getroffen wird, in dieser Position die Raketen völlig unkontrolliert einfach so aufs Feld abgeschossen werden. Das heißt, auch das ist natürlich ein katastrophaler Schaden für das Bug M1-System, was dort getroffen wurde. Dass die Situation im Süden, wo, wie gesagt, erste Bodenangriffe der ukrainischen Armee begonnen haben, erste Bodenangriffe seit, ja, November letzten Jahres, seitdem ist man da nicht mehr vorgestoßen. Inwiefern das die Großoffensive ist oder eine Offensive, um eben zu sehen, wie stark sind die Russen, was machen die, wenn wir da angreifen, ist noch nicht klar. Wir wissen aber auch, dass dort auch nach russischen Angaben eben nicht bisher diese, ja, möchte man sagen, die Superpanzer vom Typ Challenger 2, vom Typ Leopard 2 und so weiter eingesetzt werden, sondern es sind sowjetische Panzer, die eingesetzt werden. Und die Russen sagen auch, dass es sich bisher etwa um eine Brigade handelt, also etwa um 1.000 bis 3.000 ukrainische Soldaten, die hier angreifen. Wir wissen aber, dass die Ukraine mehr als 25 Brigaden für diesen Großeinsatz, für diese Großoffensive vorbereitet hat. Wir wollen schauen in den Osten des Landes. Dort gibt es neue Aufnahmen, die ich finde, mal wieder sehr typisch dafür sind, wie das mit der russischen Propaganda funktioniert, was sie zeigt und was sie nicht zeigt. Wir haben vor sieben Tagen diese Aufnahmen hier gesehen, die die Russen veröffentlicht haben. Und das ist ein gepanzertes Fahrzeug oder ein Schützenpanzer vom Typ BMD-4. Und dieser Panzer oder Schützenpanzer ist relativ modern. Hier unten sehen wir, wie er langfährt. Und er bewegt sich im Wald bei Kremina. Und die Russen haben ganz stolz gesagt, jetzt haben wir auch den BMD-4 da. Das ist ein modernes, relativ modernes Fahrzeug. Und wir gehen damit direkt in den Wald und wir zerstören damit eben die ukrainischen Stellungen bei Kremina. Das war die Propaganda. Das hat man also ganz offiziell gesagt. BMD-4, ja, ein relativ, ja, ein Fahrzeug, was von den russischen Fallsturmtruppen angesetzt wäre. Wir werden es gleich noch mal kurz im Foto sehen. So etwas sieht das Ganze aus. Also, ja, ähnelt einem Panzer, aber ist eben noch ein Schützenpanzer. Ähm, und jetzt sehen wir gleich, was die Ukraine nämlich damit macht und was die russische Propaganda nicht mehr zeigt. Denn dieser BMD-4 wurde jetzt gefunden, einer von denen, und viele sind es nicht, wir haben eben bloß einen einzigen gesehen in dem Propaganda-Video, und wurde eben im Wald bei Kremina im gleichen, äh, in der gleichen Umgebung, die wir gerade eben gesehen haben, getroffen von der Artillerie, und zwar von der FH-70, ähm, 155 mm Artillerie nach NATO-Standard und ist dann dementsprechend auch explodiert. Das also immer, um mal zu sehen, wie wichtig das ist, die Bilder auch gegeneinander abzuwägen. Also, wenn die Russen sagen, wir haben jetzt da was Neues und wir rücken jetzt davor und wir haben, äh, jetzt diese überlegene Feuerkraft dort, ist es manchmal eben doch gut, äh, einige Tage zu warten und zu sehen, was passiert denn mit dieser überlegenen Feuerkraft. In dem Fall endete es nicht gut für die russische Besatzung, die dort vor Ort war. Ähm, wir wollen auch noch einmal, beziehungsweise einmal noch nach Russland schauen, und zwar nach Chebekino. In Chebekino, in der Region Belgorod, ist es so, dass die Ukrainer letzten Mittwoch, seit letzten Mittwoch dort eine Offensive begonnen haben, und zwar nicht direkt Ukrainer, sondern das sind wohl Exilrussen, die dort angreifen, also Anti-Putin-Rebellen, wie wir sie bei Putin, äh, bei Bild genannt haben, natürlich. Ähm, und wir haben hier neue Aufnahmen, wie sie die Vororte von Chebekino zum einen bombardieren, das ist eine Sache, und wir drohen das ganze Film, aber, und das ist viel entscheidender, wir haben hier neue Aufnahmen, wie sie sich in diesen Vororten bewegen. Hier sehen wir, ähm, ja, Anti-Putin-Soldaten, wenn man so möchte, also, ähm, Soldaten dieser Rebelleneinheit, die sich in den Vororten bewegen und dort weiter vorstoßen. Die Russen erklären uns seit Donnerstag, man hätte den Angriff zurückgeschlagen, die sind alle wieder weg. Auch gestern Abend hieß es, ja, ja, die Aufnahmen sind neu, aber an diesem Abend haben wir es wirklich geschafft, das ganze Gebiet wieder zurückzuerobern. Den kann man nicht glauben, wenn man diese Aufnahmen hier sieht, denn wir sehen, dass tatsächlich seit Mittwoch, also mittlerweile seit fünf Tagen, sich hier, äh, ja, Regimekritische oder Anti-Regime-Einheiten bewegen durch die Vororte und durch Belgorod. Und offenbar gelingt es der russischen Armee nicht, ihre eigenen Vororte von ihrem eigenen Land wieder zurückzuerobern. Und das ist tatsächlich eine, äh, eine Schlappe, wie man sie sich kaum vorstellen kann. Ähm, auch russische Kriegsblogger sind da absolut entrüstet und sagen, äh, wir können da gar nicht mehr hin. Unsere Zivilbevölkerung, unsere Einheiten, sobald sie sich in diese Vororte wagen, werden sie von ukrainischen Drohnen gesehen. Wir sehen das hier, die Drohne schwebt tatsächlich darüber und werden dann auch von der Artillerie, von der ukrainischen ins Visier genommen. Und sie beschweren sich auch darüber, dass, ähm, dass die Ukrainer hier keinen, äh, wie sie es nennen, Granatenhunger haben. Granatenhunger ist etwas, was sie sagen, was bedeutet, wir würden gern schießen, aber wir können nicht, weil wir haben nichts in der Nähe. Und das scheint tatsächlich so zu sein, dass, wenn die sagen, die Ukrainer haben keinen Granatenhunger, dann heißt es, die eigene Seite hat einen Granatenhunger. Und die eigene Seite hat hier in Russland nicht die Möglichkeiten, mit Artillerie oder mit Raketen eben so, äh, zu schießen, dass man dort diese antiputieren Rebellen wieder los wird. Das ist also eine riesige Schande für diesen Mann hier, für Russlands Diktator Wladimir Putin, der es auch nach fünf Tagen nicht geschafft hat, die Grenzregion seines eigenen Landes von regimekritischen Verbänden zurückzuerobern. Untertitelung im Auftrag des ZDF,